Oh, hallo, guck mal, wie man ihn an. Harald Tätam, hallo, wie geht es dir? Ganz gut, danke, danke. Ja, wir haben ja gehört, dass du jetzt Bodybuilding machst. Ich versuch's mal. Zeig mir mal Doppelbizep. Doch. Zeig, komm, zeig mal. Ja, Leute, das heißt nicht, dass Kraftsportler, die sehen auch gut aus. Wenn du da so süß. Möchtest du hier einen schönen Bus bestellen? Ich grüße alle, die mich kennen oder auch nicht kennen. Jetzt kennen sie mich dann. Ja, tschüss.